Hallo zusammen, hier ist Rinder Kambiri, Verteidiger des FC Zürich und ich gehe heute die Vista-Challenge. Mein Name ist Stefan Zeiler, Mittelfeldspieler des FC Zürich und ich gehe heute die Vista-Challenge. Ja doch, richtig! Ja, ja, komm Brasilero, komm! Zieh durch! 1-0 für mich, nichts anderes erwartet. Ey, das ist unglaublich. Das ist sehr schwer mit den Augenklappen, muss ich ehrlich sagen. Boah, das ist ein Schuss. Ich bin gespannt. Schau! Aber komm wieder drauf! Ja, das wäre sicher ein guter Schuss. Schau! Ist schon schwierig, oder? Wieso? Mit der Klappe? Ja, mit der Klappe ist wirklich mega schwer. Ich weiss nicht, ob du bereit bist. Wirklich bin es. Ohne durch, sorry! Ich weiss nicht, ob du bereit bist. Oh ja, warte schnell! Ring nicht treffen! Jetzt ist es Schlatter schiessen, gell? Einfach damit es weisst. Mittlere, weisst du, wenn es geht. Ja, ein wenig weniger Krafttraining bei mir. Ist gut. Oh! Der ist ganz stark zu. Ganz stark. Komm! Komm! Das ist wie ein Krafttraining. Yes! Ring getroffen! Das Spiel falsch verstanden! Oh ja, sorry. Ich dachte, es geht um den Ring. Bravo! Bravo, Lindy! 2-1. Challenge gewonnen. Nicht anders als Workout. Ja, die erste Challenge hat Stefan gewonnen. Ich wünsche dir ganz herzlich. Versuche ich die Leistung. Gehen wir.